ich habe mich auch ich mach erstmal hier noch auf toll erstmal sicherheitshalber vorher hingeschossen Fahrstuhl fahren wow bist du auch hingefallen auf einmal aber wir gleich unten sind oh nein ich bin wieder da zum dritten Mal Nox Traps Nox Falle er ist wieder da wow, aber der kriegt das mal richtig wenig an wow, machst du hau einfach mal auf die Kugel hau einfach mal auf die Kugel hau einfach mal auf die Kugel ich sag doch, der ist jetzt echt muß ich komm nicht zu dir ran, wenn der das macht, dann haut der mich weg siehst du siehst du siehst du Max ist resistent die Kugel ich言 ich komm ich werd mich zu鼻 charter ich komm ich hab mich zu鼻 charter ich hab mich zu鼻 Charlotte aber ich hab mich zu鼻 die Schmerzen ich hab mich zu鼻, die Schmerzen ich bin wohl nicht zu鼻 aber ich hab mich zu鼻 Wieso habe ich jetzt ein schwarzes Bildschirm? Neue Stärke? Ja, ich habe dich geheilt. Hä? Wie denn? Ich habe nichts mehr gesehen. Ja, weil du kurz vorm Sterben warst. Der mag bestimmt keinen Explosionsschaden. Also, Sorge schaden kann er ab. Kleppst du jetzt, komm. Wow. 3D-Brille. Oh mein Gott, ich kann es ihm heilen. Alter. Ich glaube, du musst halt den anderen Mod mehr machen danach, nach dem Fall hier. Und kurz bevor er tot ist, mache ich den anderen wieder rein, damit wir mehr XP kriegen. Du hast jetzt schon die Wechsel? Ja. Wieso schießt der Typ eigentlich nur mit? Macht er doch gar nichts. Geht's nicht? Ich habe jedenfalls wirklich hinbegezeigt, kriegt er zu mir. Das kommt ein Headfest an. Er weiß schon wieder nicht wohin, Alter. Oh, er springt zu mir. Dinger sammeln wir später ein, ne? Nö. Sammeln wir nicht schon ein. Dinger sammeln wir nicht mehr. mehr ich hab doch schon am führer als weiter schütze aber ich habe alle mehr als du, äh, wieder regeneriert, weißt? Kommt schon wieder Claps-Claps, Alter. Oh, fuck, Alter. Au. Ey, die verfolgen eigentlich die Scheißkugeln. Von Knops. Wo ist er? Ja. Ich geh bloß noch auf den Typen los hier. Noch? Ja. Ich mach noch ein bisschen mit den Claps-Claps. Ich glaub, du kannst deinen anderen Modell machen, oder? Ja, hatte grad vor. Ah, sterb. Alter. Ich hab' je 8-9 zweimal, zweimal aufgestiegen. Nein, helles Licht. Es blindet. Wo war dir denn? Wunderschön. Wah? So. Moment. Es ist nur die Sonne. Weiter uns nicht liegen lassen. Ähm, machst du wie einander Modell? So. Flexbär haben wir nicht gekriegt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Na so, ist halt mit den Claps-Claps. Wir brauchen eh was. Ich hab' schon aufgesammelt. Ich gebe jetzt nicht zum G-Munition. Alter, das wird so geil, wenn wir zu viert spielen, Alter. Dann ist das eigentlich unbesiegbar, oder nicht? Ja, die werden ja immer stärker, denn umso mehr wir sind. Ich verblüte mal. Bist du ja alles so viel, Lovimi? Ja, ist für dich. Was denn? Klass-Mod. Zeig' ich mach' Da vorne. Verkauf' ich. Ich hab' so wenig Geld. Juhu. Ist aber die Ostro-Extrem-Dunkel hier? Ja, es ist relativ dunkel. Ich will's anmachen. Ey, warte mal. Hier ist Verhaftung. Bist ja auf die Beine achten. Ausgezeichnet. Sie haben möglich gemacht, was mein Team für unmöglich hielt. So profitieren wir, wenn die Erwartungen niedrig sind. Kommen Sie wieder her. Dann folgt Phase 2 von Operation Trap-Clap-Trap-Trap. Trap-Trap-Trap-Trap. Trap-Clap-Trap-Trap-Trap. Das ist voll geil. Alter, was hier alles drin ist. Ohren. Alter, ganz'n Schrenke voll. Alter, wann machst du denn alles auf? Ich hab' Spintour aufgemacht. Du hast bloß zu machen, die Tür hier. Warte, ich will mal gucken, was ich alles aufgenommen habe. Ach nee, guck' ich später, wenn ich verkaufen. Wenn ich verkaufe. Alter, ich muss mal einen Schluck trinken, Alter. Mach dat. Ich lauf weiter. Alter, fisch ist es. Was ist das denn hier? Rex. Alter. Ich sammel gerade was auf dem Boden auf. Vom Boden auf willst du denn den Scheiß wieder? Alter, die kommen mal auf mich zu. Ja, die waren voll oben hier rum. Stülp. Uh, Shotgun kennt unser Level 19. Wo ist er? Wo sind sie? Weg. Ich hatte einen Raketenwerfer in der Hand, ey. Wir haben auch so ein Ding auf den Korb, Alter. Sind auch Claptrap-Dinger. Racktrap oder so. Cool, Alter. Ich find das irgendwie cool. Racktrap, Alter. Dass wir immer Claptraps abfallen. Ja, das sowieso. Ich hab's aber genommen. Ich hab noch ein Medikid. Supermedia-Ampulle. Ich seh, was ich auch. Du machst auf, ich nehm's. Ich war zuerst da. Ich war schneller. Na, nur weil du Host bist, Anna. Host. Prost, Anna. Prost, Mann. Ja, heil mich. Angst. Danke. Ich hab volle Gesundheit hier. Boah. Entschuldigung, da sind so ne Viecher. Oh. Hinter uns. Ey, guck mal, hier ist die Kiste, weil wir vorher ran wollten. Nö. Halt die Stellung für immer. Kann ich nicht nehmen. Weil mein Inventar voll ist. Aha. Also, jetzt nicht, wir müssen wieder durch die fucking Hülle laufen, oder? Wir müssen jetzt zurück. Warte, ich schmeiß mir irgendeinen Scheiß. Was für die, die ich hier brauchen kann. Wow. Ich hab nur zwei Sachen, die... Hm. Spöner. Die weiß sind, mein ich. Wo müssen wir jetzt... Oh, wir sind ja schon am Ausgang jetzt. Zum Glück. Keine Lust noch länger, hier drin zu hocken. Ich komm nicht, hoffentlich müssen wir hier nie wieder rein. Nie wieder. Ich schätze noch, dass wir hier noch öfter rinnen. Nie wieder. Boah. Kommt der mit einmal vom Go, ey. Kann ja auch ankloppen. Erwescht. Juhu. Look, Rocket Launcher-Kentnisse Level ab. Oh, das hat mich getan. Ja. Hier ist der Ausgang. Ein Glück. Und da kann man verkaufen. Muss ich erst mal machen. Ich guck mal, ob ich was für dich hier denn hat. Wann haben? Ist hier noch irgendwas Feines? Nö. Das ist mir so aufgefallen, an jedem Automaten irgendwo, ne? Dich dummer rum immer Geld. Immer. Echt? Jo. Ja, falls du was kaufen müsst. Jo, ich hab 9,9. Ja. Titan-Class-Mod. Brauch ich nicht. Soldat. Hier, wisst ihr es haben? Anführer. Plus 23% Team zusätzliche Erfahrung. Ja, den hab ich schon. Aha. Den verkauf ich das. Ja, mach doch. Brauchst du eh nicht verkaufen. Doch. Das ist doch nicht mehr Geld. Doch. Nein. Das bleibt nachher, weil ich, auch wenn ich was kauf, bleibt das nachher so hoch. Das ist voll geil. Ju, unendliche Munition. Ja, ja, Geld. Der steht oben drauf mit seinen komischen Füßen, oder? Komischen Füßen. B. C. Z. Okay, können sie das Alphabet anscheinend nicht, oder? Doch.